hallo meine lieben wollmäuse heute melde ich mich bei euch mit einem info video ihr wisst ja oder einige von euch wissen ja dass ich bereits meine eigenen bobble wickler und ganz ganz vielen unterschiedlichen farbtönen hier habe ich jetzt erst mal nur zwei beispiele mitgebracht um sie euch noch mal zu zeigen für diejenigen dies vielleicht noch gar nicht wissen aber es gibt natürlich noch ganz viele unterschiedliche farbkombinationen und alle farbkombinationen findet ihr natürlich aufgelistet in meinem shop und den link zu diesem shop den hinterlasse ich euch unter diesem video in der infobox es geht um folgendes es ist ja so dass ich sehr sehr dankbar dafür bin was ich hier alles so schönes erfahren darf ihr häkelt meine modelle nach und gibt euch ganz ganz viel mühe und es freut mich wirklich sehr es ehrt mich auch sehr dass euch meine modelle gefallen und ja euch so viel zeit dafür nehmen sie nachzuarbeiten möchte an dieser stelle natürlich ganz gerne dann auch was zurückgeben und zwar habe ich mir eben während ich bobble für euch gewickelt habe also eben solche unter anderem ist mir eine idee gekommen was wie es wie ich euch am besten ein geschenk machen kann beziehungsweise wie ich euch da am besten ja was zurückgeben kann und ja es ist mir dann die idee gekommen dass ich den gesamten oktober ja bobble verschenken möchte und zwar 800 meter lauflänge von meinen eigenen wicklung natürlich die farbkombis findet ihr wie gesagt auf der seite in meinem shop wo sich jeder dann eben so ein 800 meter lauflänge bobble aussuchen kann kostenlos zu seiner bestellung dazu es ist verbunden mit einem mindestbestellwert muss ich vorweg dazu sagen aber wer shoppingsüchtig ist und sehr viel häkelt der bekommt das recht schnell zusammen also schaut mal rein es lohnt sich auf jeden fall und ihr findet dort natürlich nicht nur bobble natürlich auch von unterschiedlichen herstellern noch dazu und sonst noch ganz 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 viele andere wolle mittlerweile sogar auch das taschengarn angekommen worauf ich ganz lange schon gewartet habe und einige von euch ja auch schon es ist mittlerweile da und wird jetzt stück für stück verschickt und kann jetzt eben auch geshoppt werden wieder worüber ich auch sehr glücklich bin also ist alles wieder frei geschaltet und ja und zu dieser sonderaktion im oktober also ja ich freue mich euch dieses geschenk machen zu können und euch hoffentlich damit eine freude bereiten zu können also nochmal die knappen infos dazu vom 1 oktober 2020 bis einschließlich 31 oktober 2020 ist diese aktion für jeder mann und jeder frau zugänglich in meinem shop mindestbestellwert 100 euro und wer diesen erreicht hat der bekommt dann ein 800 meter lauflänge bobble aus meiner eigenen wicklung wohlbemerkt dazu farbe kann sich selbstverständlich jeder aussuchen alles das findet ihr nochmal schriftlich notiert auf meinen shop seiten ihr könnt ihr dann noch mal nachlesen ist ein wert von 14 euro 50 und den ihr dann von mir geschenkt bekommt und ja ich habe insgesamt jetzt glaube ich 34 unterschiedliche farbkombination zur auswahl die ich entwickelt habe und die man sich anschauen und bestellen kann und ja also das dazu dieses video diese information darf natürlich gerne weitergesagt und geteilt werden ich weiß nicht wo ihr euch sonst aufhaltet in facebook gruppen überall da wo andere wollmäuse zum häkeln und oder stricken muss ich gerne aufhalten und ja hoffe dass ich vielen menschen damit freude bereiten kann und wir dadurch reich an wolle gesegnet in den herbst winter starten können was ja jetzt alles uns jetzt bevor steht wo wir ganz ganz viel handarbeiten können ich bin auch schon fleißig dabei und bin auch gespannt auf eure ergebnisse ja die unter anderem auch von meinen bobbeln gemacht werden bzw nach meinen anleitungen gehäkelt werden und das könnt ihr zeigen unter anderem auch in meiner facebook gruppe auch diesen link findet ihr in der infobox direkt unter diesem video und wer meinen kanal bis jetzt noch nicht abonniert hat der sei auch herzlich dazu eingeladen dann seid ihr immer eine der ersten die erfahren wenn ein neues video online ist und könnt als eine der ersten loslegen mit häkeln und oder stricken je nachdem was ich als nächstes für anleitung dann hochlade und wünsche euch jetzt erstmal viel spaß beim schaufenster bummel und beim weiter flüstern und weitersagen von diesem tollen angebot wie ich finde und ja grüße euch dann auch in meinen gruppen und auf meinen anderen seiten und sage jetzt erst einmal viel spaß und eine kreative zeit bis dann eure romi tschüss so